Unglaublich! Es ist wirklich erstaunlich, wie die Bundesregierung trotz der anhaltenden Bauernproteste ein neues Sparpaket einführt. Die aktuelle Lage im Land ist kaum zu fassen. Wir haben die Staufe voll! Wir haben die Staufe voll! Wir haben die Staufe voll! Und damit begrüße ich euch zu einem neuen Video. Wie wenig sensibel muss man sein, um solche Entscheidungen zu treffen? Während tausende Bauern in Berlin und ganz Deutschland für ihre Anliegen demonstrieren. Über 10.000 Bauern sind auf den Straßen und dennoch bleibt die Reaktion der Regierung bei Null. Viele Bauern hatten gehofft, dass es zumindest zu Gesprächen kommen würde, um einen Konsens zu finden, doch die Regierung zeigt keinerlei Interesse an den Anliegen der Bauern. Es ist echt beunruhigend, dass die Kfz-Steuerbefreiung beibehalten wird, während die Agrardieselsubvention gestrichen wird. Diese Änderung soll in drei Etappen über die nächsten drei Jahre erfolgen und wird massive Konsequenzen haben. Nicht nur für die Bauern, die die Hauptlast tragen müssen, sondern auch für die Bürger, deren Ausgaben für Lebensmittel steigen werden. Die Regierung hat nicht nur das Sparpaket im Ärmel. Es ist auch geplant, dass zusätzlich zur gestrichenen Subvention eine Ticketsteuer für Flugreisen eingeführt werden soll. Ab Mai diesen Jahres soll je nach Reiseziel eine höhere Ticketsteuer anfallen, zwischen 15,53 Euro und 70,83 Euro pro Fluggast. Jetzt stellt euch mal vor, eine Familie, ja Eltern von zwei Kindern, die je nach Reiseziel möglicherweise 40 Euro mehr pro Ticket zahlen müssen. Das bedeutet zusätzlich 160 Euro für den Hintflug und voraussichtlich 320 Euro für Hin- und Rückflug. Das ist eine Entwicklung, die für viele sehr unangenehm werden könnte. Vor allem könnte es wahrscheinlich im Portemonnaie wehtun. Ja, es wird seitens der Regierung behauptet, dass allein durch diese Flugsteuersituation 400 Millionen Euro mehr Einnahmen pro Jahr erzielt werden sollen. Wenn man bedenkt, dass der Bundeshaushalt fast eine Billion Euro beträgt, stellt sich die Frage, warum die Regierung nicht darüber nachdenkt, Ausgaben zu reduzieren und Steuern zu senken. Stattdessen sollen die Bürger und Bauern die finanzielle Last tragen. Ein echtes Trauerspiel, was die Regierung da bietet. Der Unmut der Bevölkerung wird höchstwahrscheinlich dieses Jahr noch mehr wachsen. Der Unmut unter den Bauern wächst auf jeden Fall und das nicht nur wegen dieses Sparpaketes. Ja, und nun ist es sogar so weit, dass die Situation eskalieren könnte und es besteht die Gefahr, dass das Land komplett lahmgelegt wird. Wir haben die Staufe voll! Wir haben die Staufe voll! Wir haben die Staufe voll! Und wir haben gesehen, wie viele Fahrzeuge durch die Bauern heute mobilisiert wurden. Viele Fahrzeuge sind plakatiert, die den Unmut gegenüber der Regierung bzw. der Regierungspolitik ausdrücken. So steht auf dem Plakat eines Demo-Teilnehmers, ist der Bauer ruiniert, wird klimaschädlich importiert. Dieser Spruch trifft ganz gut, mit welcher Logik in der Regierung gehandelt wird. Aber offensichtlich interessiert es die Politiker nicht. Erinnert man sich daran, wie einfach die Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet wurden und stattdessen Atomstrom aus anderen Ländern importiert wird. Ohne Rücksicht auf die Produktionsbedingungen. Naja, und es ist einfach traurig, wenn man sich ansieht, wie wunderbare Bauernhöfe mit Kühen und all dem drum und dran, die das ganze Jahr über bewirtschaftet werden, unter den politischen Entscheidungen leiden. Deutschland ist landschaftlich sehr schön und könnte doch ein so erfolgreicheres Land sein. Auch sind wir weltweit für unsere Ingenieurskunst bekannt. Ja, und diese Werte scheinen verloren zu gehen. Aber es gibt eine wahnsinnig hohe Solidarität mit den Bauern. Und das könnte wirklich der Start für eine Veränderung in Deutschland sein. Es ist auch an der Zeit, sich auf die eigene Bevölkerung zu konzentrieren, bevor man darüber nachdenkt, anderen Ländern massiv zu helfen. Diese Diskussionen können geführt werden, aber nicht in einer Situation, in der so viele Menschen in finanziellen Schwierigkeiten stecken und Rentner Flaschen sammeln müssen, um über die Runden zu kommen. Es funktioniert einfach nicht. Davon bin ich überzeugt. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Lasst auch gerne ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut! Bis bald!